Schönen guten Morgen. Vorbereitungen laufen soweit auf dem Platz. Feuer läuft warm, Geschäfte werden aufgebaut, Schläger werden bespannt. Und wir suchen jetzt mal eben den Clinton ganz schnell. Wir schnappen uns den jetzt. Vorwort? Also wer ist unser Gegner? Wir spielen heute gegen Reutlingen. Reutlingen hat ein gutes Team. Wir werden spannende Matches. Attila ist leider für das Einzel verletzt, unser Warrior. Nichtsdestotrotz spielen wir jetzt an 1 mit Cola, an 2 mit Safranek, an 3 mit Bernabe Zapata, Mirales. Perfekt! Und mit Botek van de Sanchez an 4. Botek spielt dann an 4 gegen Michi Berra, der ehemaliger Top 50 Spieler. Geiles Match an Position 4 für die Tennis-Bundesliga. An 3 spielt bei den Samper Montana, an 2 Annaboldi, auch eine italienische Legende. 1, ähm, später haben wir denn 1? Egal. Auf jeden Fall einen guten Spieler. Machen wir. Schaffen wir schon. Unsere Einzelne. Später. Kriegen wir alles hin. Blackout! Blackout! Soweit erstmal zum Fallout. Wie möglich sagen, gibt's jetzt Kaffee. Das ist so happy für mich. Gut! Warum ist die Banană? Das ist Krumm. Was ist jetzt hier? Soll ich sehen? Bist du die Messe? Ich schau gleich nach oben. Ja! Eine Minute bitte. Ich schau wieder, ne? Ich wollte was... Mach ich doch nicht. Hm? Bist du dann auch ein bisschen aufgeregt? Ja. Ja, einen wunderschönen guten Tag für erste Gäste. Jetzt geht's los, ne? Liebe Tennis-Freunde, wir begrüßen Sie ihn. Machen! Wir haben einmal den neuen, supergeilen Merch vom neuen Tennis-Eviator. Einige Liebe-Store. Ja, kann man mal machen. Hier der legendäre Hoodie. Ich finde die echt geil. Und das Interessante an dem ganzen Ding ist, jedes einzelne davon ist nämlich ein Unikat. Wo ist der Platte? Nee. Ja, Mario. Nee. Guck mal, da muss man zwischen den vielen mal eben hier reindösen. Dann müssen wir hier den Stream... Für alle, die das nicht kennen, also behind the scenes. Das ist so ein bisschen, ähm, eine sogenannte legendäre Bunker. Links mit ziehen. Hat so ein bisschen was von so einem Hacker. Jetzt muss ich mir hier oben diesen Code ziehen. Ich bin so ein Hacker, ne? Gezeichen bis zum Querstrich. Zack. Code einpflegen. Zack. Die 3000. Zack. Nein. Ach, jetzt sind wir wieder online, oder? Ja, jetzt sind wir wieder online, damit ihr auch schnell im Fernsehen gucken könnt. Nicht nur beim Leo, sondern auch bei Sport Deutschland TV. Und jetzt gehe ich wieder auf den Platz. Also haben wir nach dem Einzel jetzt, äh, 3-1. Das heißt, fürs Doppel ist noch alles offen. Sauber. Hat er gut gemacht. Hallo Leute. Hm? Wo ist der Rest? Ich weiß nicht. Ob der Schützen fisst. Und du gehst nach vorne? Ja, wir gehen nach vorne. Wir haben eine Lange und wir gehen nach vorne. Bop! So, mitbekannte? Sehr gut. Sehr gut. Schmuck. Wie Rafa. Wie Rafa. Wie Rafa. Wie Rafa. Wie in der ersten Spiel, wie Rafa. Wie? 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 Ein Doppelchen, dass die Jungs sich da gegenseitig anfeuern, motivieren. Botik ist ja der ruhigere Genosse. Ich finde, wir sind heute so chirurgisch. Finde ich? Wir sind chirurgisch. So, weißt du, wo der Gegner nix gegen ihn machen kann. Siehst du, was habe ich gesagt? Das ist chirurgisch. Hingeschnitten. half an, das ist Postbuilding. Hingeschnitten. Was habe ich gesagt? Was hat sie Ihnen Karolge ist? Ich Voyeur. Bis zum nächsten Mal.